Guten Morgen, der Lars hier. Willkommen zurück bei Minecraft. Jetzt wird erstmal in der Bunker der Fälle gestellt und dann geht's denn ab in den Neter. Ich hab ja letzte Folge irgendwas von Terrakotta gephaselt, weil ich einen Block brauche, der sich gut in den Minen abhebt. Aber Neterak macht sich ja noch besser und ist noch einfacher zu farm. So. Ich wollte, was ich mir gedacht hatte. Für eine Nische, für das Buch-Ding. Hier kommt dann eine Metalltür rein. Ihr müsst auch noch hier hin. Ich werde euch schon dazu bringen. So, wo mag ich die Nische hin? Warum ist da... Verpisst euch. Ich will euch nicht hauen, auszusehen. Aber das weggebuddelt. Oder weggehackt. Achso, da ist ja das. Jetzt hab ich natürlich das nicht bei. Muss ich an alle denken. Ist auch wieder fast alle. Ja, ich heik das ja... Ich heik da wieder Erde rein. Na gut. Und dann kommt da halt der Dings drin. Verpisst dich. Geh weg. Und da die Treppe. Und dann hat er da sein Buch-Ding. Der läuft halt. Der kriegt dann eine Fackel rein. Oder da kommt die Fackel hin. Und da kommt die Fackel hin. Können wir da eine Fackel hinpacken. Welche Höhe haben wir denn da? Da kommen die da alle schön an den Pfosten ran. Ach, da geht nicht. Gut. Machen wir es so. Ich werde hier nicht fertig. Weil ich irgendeinen Scheiß immer anbringen will. Und verbessern will. Ich brauche mal eine Spitzhacke. Kann da hin. Eigentlich könnte ich da auch... Eine Werkbank hinpacken. Ich hab ja die eine. Oder ich hab die weggepackt. Warum habe ich die... Ne, da ist sie. Und das wollte ich auch hinsetzen. Dann kommt das da hin. Und da kommt der Globus hin. So. Was fehlt euch noch? Eine Blast Furnace. Und was fehlt noch? Ich hab eigentlich fast alles, wa? Fletching Table. Den haben wir ja auch schon irgendwo hingebaut. Sollte erstmal eigentlich nur die Sachen machen. Die ich dann auch wirklich brauche. Damit ich dann die Leute mit den richtigen... Mit den richtigen Berufen hab. Egal. Ich setz die anderen Türen und so ab. Und hol die Betten von den anderen. Kann ich das rausholen. Kann ich das mitnehmen. Platz hab ich noch. Eine Kiste könnte ich bei denen auch hinhauen. Komm. Ist ja nicht schlecht, da eine Kiste zu haben. Ah ja, Türen. Da haben wir auch wieder Türen für unter Wasser. Das Türen könnten wir auch verbessern. Muss ich sagen. Ich mag hier die Sprucewood-Türen an den Stall. Passt eigentlich. Passt schöner hin. Du verlierst dein Bett und deinen Job. Und dein Haus. So sieht's aus. Ah, mal Sau. Und dann halten wir doch alle... ...de Taus da oben, Heike, weggerissen. Und dann stört mich das auch nicht, dass hier die Häuser stehen. Weil mit denen fangen sie ja nichts mehr an. Ich muss mal deinen Beruf wegmachen. Weil ansonsten hängst du die ganze Zeit rum. Und das sollst du nicht. Auch wenn's praktisch ist, dass du hier rumhängst. Aber wir können ja immer noch den Keller erweitern, notfalls. Und noch ne Ebenerin hauen. Klar, ich hab da noch Platz. Nach oben sogar. Du sollst auch aufhören, hier rumzuhängen. Und ihr seid denn alle hier rein? Moment, dann kann ich doch... Ich kann noch mehr Treppen machen. Woher geht's? Da. Okay, ich hab noch... Einfach noch ein paar Treppen. Wie wär's mit Slaps? Einmal Slaps. Mein Inventar ist voll. Ja, mein Inventar ist voll. So wollte ich das jetzt nicht machen. Wollte ich das so machen. Da kommt ja eine zweite Ebene... So hin. Der meint das so. Ich brauch noch mehr Slaps. Aber ich hab nicht ein Holz für Slaps. Blöd. Ja, guckste. Ich mach hier erstmal. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ist ja Blödsinn. Ist ja alles Blödsinn. Hm? 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 Wo packt man das hin? Könnt ich auch irgendwo hin hauen. Hier drunter kommt dann da ran... Nee, nicht wenn ich da jetzt die Treppe dann ranhau. Ich könnte es da reinhauen. Ist ja erstmal ja eigentlich. Ich brauch auf jeden Fall mehr Slaps. Vielleicht sollte ich da anders Holz nehmen. Vielleicht sollte ich da anders Holz nehmen. Ich hab schon wieder keine Birke. Nein! Er ist entkommen. Immer schön die Dinger unten lassen. Die Trapdoors. Nehmen wir den Baum noch mit. Dann haben wir wieder hier noch Birke. Dann haben wir wieder hier noch Birke. Mann, ich wollte eigentlich schon längst das Portal errichtet haben zum Nähter. Aber ich dachte, ich bin jetzt mal hier in 5 Minuten fertig. Da sind neun bereits. Sind bereits neun Minuten! Leute! Nein, ich will einfach nur Birkenholz. Ganz viel davon. Äh, äh, äh. 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 Mach mal so. Dann könnte ich da das denn doch wegreißen. Weil das stört mich da in mein Entfinden. Könnt ihr da rüberspringen? Geh weg. Äh. Äh. Geht da weg. Ich glaub, ihr könnt da nicht rüberspringen. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass ihr nicht einfach da springt. Nur um da rüber zu kommen. Ihr Verrückten. Kannste haben. Siehste, dann hätte er gleich hier in einem Blast-Furnace. Kann ja eben davon eigentlich umdrehen. Oder er glastet einfach so. Und hier kommen dann halt noch ein paar Betten hin. Ihr braucht ja nur ein bisschen Platz zum Schlafen. Ähm. So. Ein so. Ein so. Wie ist es schon wieder soweit? Okay. Wenn ihr sagt, es ist schon wieder soweit, dann ist es wieder soweit. Ich hab ja da ein Fenster. Kann ich da rausgucken. Das ist mein Bett. Ich bin ja immer gespannt, ob die dann hier sogar sich vermehren. Und. Hier noch ein Bett. Nee, mach das oben. Wohl nie, dann können sie nicht mehr hier vernünftig hochspringen. Außerdem muss sie hier in Trippeln. So. Dann ist das doch halbwegs schick hier. Ja. Ist das jetzt ein ganzer Block? Nee, war. Nee, ist ein halber. Natürlich braucht ihr jetzt oben neue Beleuchtung. Obwohl, ist hier eigentlich. Da muss nochmal ein Furnace rein. Mach da mal jetzt so einen Block hin. Sieh ja. Ich könnte den Smoker da hinpacken. Der kann ich mich noch selbst benutzen. Der kommt da jetzt erstmal. Da könnte ich den Fletcher reinhauen. Der passt da besser. Genau. Und den Loom eigentlich auch noch. Der kann da rein. So. Mach das da wieder zu. Der hat mir auch noch Platz für irgendeinen Scheiß. Ich weiß gar nicht, was mir noch fehlt. Ich könnte mal eine Kiste hinpacken. Weiß der Geier wohin. Mach mal da hin. Wir haben jetzt genug Betten, glaube ich. Wir haben eins, zwei, drei, vier. Nee, das reicht ja nicht. Ich brauche noch mehr Betten für euch. Ich habe ja noch ein Bett dabei. Stimmt ja. Könnte ich noch ein bisschen weiter nach oben? Hier. Wird ein bisschen eng hier. Aber solange ihr pennen könnt. Wie viel seid ihr jetzt hier? Drei, fünf seid ihr? Sind jetzt alle da? Von euch Deppen? Mach das doch anders. Mach das doch einfach anders. Du kannst... Rennen kannst du. So. Vergiss es. Ey, ihr. Ach so. Das ist mein Bett, ihr Penner. Renn zu den anderen Betten. Wollt ihr jetzt da durch? Oder was ist los? Man macht halt so... Nachzügler hier. So, jetzt seid ihr zu sieben, wa? Dann braucht ihr noch ein Bett. Nee, ihr seid zu acht. Okay. Ich habe zu wenig Betten für euch. Ich habe verstanden. Kommt da noch ein Bett hin. Gebe ich euch meins. Und mein anderes Bett behalte ich. Vielleicht brauche ich es selbst. Das brauche ich es selber. So, der Smoker da hinten. Können sie ihn auch benutzen. Und das stört mich in meiner Ästhetik. Ach, das brauche ich. Angst. So. Aha, ein Fischerfied noch. Ihr könntet ja noch einen Fischer gebrauchen. Vielleicht hier ein kleines Fischerloch rein. Hier. Brauche ich gar nicht. Kann ja da rüber springen. Könnt ihr nicht, wa? Moment, wer ist jetzt? Du. Ja, das ist ein bisschen teuer vielleicht. Es gibt bessere Angebote. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil ich mehr Bücher brauche. Genau, ich weiß, was ich jetzt mache. Den Scheiß erstmal wieder loswerden. Das kann weg. 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 Ne, das kommt woanders hin. Das kommt eigentlich auch woanders hin. Okay, die Kiste ist gleich voll. Kommt da hin. Eine neue Metallachse wäre auch nicht schlecht, oder? Ich könnte mal. Ich könnte ja mal hier das hier benutzen. Yay. Das könnte ich auch mit den Schäden benutzen, wa? Cool. Brauchst du den hier wegschmeißen. Kannst du benutzen. Und dann wollte ich das mal ins Zauber kriegen, weil mich, glaub, Level wieder. Achso, das geht nicht weg, wa? Wow, ich hab ein Level bekommen. Das kann ich nicht ins Zauber, mein Curse of Binding. Das ist ja doof. Er kann es ja wirklich nur wegschmeißen, den Scheiß. An der Stelle. Äh, Emeralds. Du kriegst mein Ernst, das spartet jetzt. Ja, nicht alles. Wo bist der? Willst du dat? Du bist dat. Okay. Bisschen teuer, aber was willst du machen? Sparen. Du musst auch rennen. Ach ja, ich wollte eine Metalltür machen. Ich brauchte eine Metalltür und Knöppe. Nimm mal zwei Knöppe, bitte. Und ne. Achso, brauch ich da erstmal natürlich geht. Eisen. Eigentlich bräuchte nur eine. Aber na gut. Ihr sollt ja an Sicherheit sein. Jungs. Will ich das andersrum haben? Ich glaube, ich will das andersrum haben. Ja, sieht schicker aus. So, jetzt machen wir da weiter rum. Die Türen können da weg. Bücher eingesetzt. Und dann haben wir ganz, ganz viel Papier. Könnte man denn handeln? Ist ja schon mal nicht so schlecht. So, das ist doch schon mal ganz schick. Eigentlich hätte ich gleich noch eine Reihe kaufen sollen. Und ich sollte das da irgendwie zumachen. Und da auch. Ausgeleuchtet ist hier. Ich leuchte trotzdem mal hier doppelt aus. Doppelt und dreifach. Axt. Ach ja, das war ja nur... Das war ja nur SickTouch, Fortune. Das war ja nicht kampfgedönst. Was kann ich denn auf meine Schuhe hauen? Ich habe keinen Lapis mit, aber es ist ideal. Fire Protection 3. Oh, das ist aber schön. Dann sagt die Zeit. Die Zeit sagt... Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit, mein Bett ins Inventar zu packen. Die Schuhe wieder anzuziehen. Den Scheiß wieder wegzupacken. Beziehungsweise, ich brauche einerseits... Ich bräuchte eine Schere. Eine Schere, bitte. Und ein Feuerzeug. Achso, da brauche ich ja Flint erstmal. Habe ich Flint? Ich habe keinen Flint, wa? Warum muss ich denn jetzt an sowas scheitern? Habe ich Gravel irgendwo rumzuliegen? Ich sehe keinen Gravel. Bett. Wenn wir jetzt weg... Und ein bisschen Beizen, dann hole ich dir eh eine Kuh. Dann können wir die schon mal... ...züchten. Menno. Könnte ich auf meine... ...Axt machen? Werde sie gut. Ist ja... Smite ist gut gegen Untote. Erst mal was essen. Habe ich da Platz für die Treppen? Ja. Kann auch weg. Erde kann da hin. Ich brauche einen neuen Wassereimer. Das kann weg. Die Türen sind wichtig. Das wächst schön. Können wir Papier draus machen. Was brauchen wir? Wir brauchen noch alles. Holz haben wir ihn noch. Facken könnten wir ein paar mehr machen eigentlich. Er bräuchte jetzt auch noch nicht. Eigentlich bräuchte jetzt... Flint. Moment. Hat vielleicht der Pfeilmacher... ...oder der Bogner... ...wart für mich. Ey Bogner, wo bist du? Wer von euch ist der Bogner? Zehn Graviel. Ich habe kein Graviel. Ich habe doch gar kein Graviel. Dann würde ich doch selber jetzt da rumbuddeln. Oder ein Graviel? Habe ich das übersehen? Ich habe irgendwo mein Graviel gehabt. Kann doch nicht sein, dass es nicht weg ist. Wo habe ich das nicht gepackt? Das wichtige Graviel, das schmeißt man doch nicht weg. Oder hätte ich das weggeschmissen. Bin ich blöd? So ein bisschen? Auf jeden Fall. Muss ja. War jetzt nicht da. Scheiße. Ich kann ja nicht mal den Graviel da handeln. Ein Glück haben wir da ein bisschen was. Und eine Schaufel haben wir auch. Notfalls haben wir da den Scheiß. Ich habe ja noch ein bisschen... Ich habe ja noch ein bisschen Emmerite. Obwohl es mir jetzt besser gefallen würde, wenn da jetzt einfach mal so ein Flint rauskommen würde. Machen wir noch einen. Ich brauche doch nur einen. Warum springst du denn da automatisch? Heike, automatisch springt an? Ich höre da ein Skelett. Das will ich jetzt eigentlich nicht hören. Ah, reicht doch. Mehr brauche ich doch nicht. Heike natürlich wieder weggepackt. Feuerzeug, Feuerzeug. Ach ja. Werkzeug, Feuerzeug. Eins reicht. Äh, Graviel. Nehme ich Graviel mit? Nö. Ähm, das ist voll wahr. Ne, noch nicht ganz. Weg mit die Metall. Heike ein Feuerzeug. Da heike eine Schere für die Spinnennetze. Falls wir da irgendwie auf Gifts bin, Sporner, stoßen. Obsidian brauche ich. Der Baum ist gewachsen. Yay. Wohin auch mal Zeit. Dann können wir den Kleinen mal fällen. Viel mehr Setzlinge. Damit da noch ein Baum wachsen kann. So. Ich habe ja ein bisschen mit Portalen rumgetestet. Weil ich eigentlich vorhatte, so ein eng, maschiges Netz aus Portalen zu bauen. Aber das funktioniert nicht. Aber ganz gut ist es, glaube ich, auf gute, äh, auf Höhe 70 oder eigentlich eher 80. Wo sind wir gerade? Wo ist denn das? Wir sind auf 81. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann wäre ich hier 80. Äh. Ich brauche mal Erde hier. Ich würde mich mir denn denken. Kann ich dir gerne mal zeigen. Ich würde mir halt denken, hier, das wird ja der große Baum. Hier führt dann eine große Wurzel dann runter. so entlang. Und, äh, dazwischen ist halt das Portal. Den denke ich mir so. So eine hohle Wurzel. Wo du dann durchgehen kannst. Und wo dann ganz viele Schweinemänner rauskommen. Äh. Können wir auch mal gucken. Ne, nicht Tooltips, sondern der Schank. Ach, der ist ja hier denn eine Grenze. Ist ja kacke. Der Twinniger ist nicht so schön eigentlich. Wir sind auf 80. Das ist 10. Mach ich hier ne... hier kommt ne Wand hin. Da, da, unter uns kommen Blöcke. Und hier. Die können wir ja noch später vergrößern. Ist natürlich ein bisschen gefährlich da, mit dem Überhang, dass du dann nicht einfach mal in den Tod fällst, nachdem du da aus dem Portal rauskommst. Und dann haben wir was für nächste Folge denn. Wo wir dann durchgehen können. Und neue Abenteuer erleben können. Können wir dann tun. Machen wir dann. Erstmal hier. Nein. F3 plus G ist das. Damit kann man die Chance anzeigen. Kurz noch dazu machen. Ist doch schon mal Schnieke hier. Dann kommen hier schön die Schweinemenschen raus. Und ich muss den Baum da fällen. Für Setzlinge. Den Mike noch schnell. Der kann mich denn in Ruhe decayen. Hier ist schön ausgeleuchtet. Warum ist denn der nicht gewachsen? Was ist denn dein Problem? So, schön von oben nach unten. Und dann helfen wir mal eben ein bisschen nach. Bitte noch mal vier Setzlinge. Der ist ein Stock. Ich brauche keinen Stock. Kein einziger Setzlinge. Die werden wahrscheinlich jetzt alle darunter fallen. Den Baum da wer 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 den fällen die brauchen unbedingt Setzlinge. Hätte vielleicht da mehr Bäume fällen sollen. Das wollte ich jetzt nicht. Es sind drei. Das sind vier. Kann man den nächsten großen Baum machen. Ist einer nach unten gefallen. Ich will nicht nach unten fallen. Das ist doch super soweit. Das wächst. Und du willst ja da irgendwie nicht wachsen. Deswegen kommst du dahin. und ja ich gehe zurück so ne wo gehe ich jetzt hin. Was ich auch vorhatte. Ich habe so viel vor. TNT da ein Loch rein bomben. Dann wird das unser Minenschacht unser geradeaus nach unten Minenschacht zum Strip Mine. Und dann haben wir die Mine und jetzt wird es dunkel. und dann haben wir so viel. Schweinchen. Ach scheiße. Ich habe keinen. Wo ist die Kuh? Ich habe ja gar kein Dings bei. Kein Weizen. Hätte ich ja gleich mitnehmen können. Der hätte bei nächsten Folge gleich die Kuh rüberholen können. Ja wenigstens sind erstmal unsere Dorfis da in Sicherheit. Was ist das denn hier? Endermann? Ha. Seid ihr da unzufrieden oder was? Gibt's nichts zu mohren. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier bei Minecraft und ich sag Tschüss. Tschüss.